Ah, an dieser Stelle kommt normalerweise eine Ansage, welche Griffe gespielt werden. Genau. Was passt denn besser? In diesem Fall weiß man gleich nach dem zweiten Ton, was kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Musik 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 L Catholic Musik 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 Untertitelung. Untertitelung. Vielen Dank. Herrlich. Respekt. Also 8.000, habt ihr als einzige Act gespielt oder waren da noch andere Menschen? Nicht ganz. Es gab noch ein Beiprogramm, es gab Feuerwerk, erfolgreiche Comedians, aber wir haben da auch gespielt. Als Headliner quasi? Ja, wir haben als Headliner, da wir ja alle bei dem Sender arbeiten, natürlich den anderen Acts in Vortritt gelassen und haben ein bisschen früher gespielt. Aber das in der lauten Version, was ihr ja gerade gesagt habt, war ja die Unplugged Version. Wir machen das Ganze auch noch mit elektrifizierten Instrumenten in sehr laut. Hannes geht. Sein Zivildienst ist beendet. Warum geht Hannes, wohin geht Hannes und wer wird Hannes Nachfolger? Hannes geht, weil Ecki kein Angebot gemacht hat? Du hast nie gefragt. Kann man das an dieser Stelle nachholen? Zu spät? Du hast dein Zeugnis schon gekriegt. Scheiße. Nein, ich wollte nach Wien unbedingt studieren, die Welt erklimmen. Das ist dann Wien? Das ist Wien, ja. Wien ist das Sprungbrett in die Welt. Das hat ein anderer Österreicher beantwortet. Ja doch, Moment. Und dann habe ich mir gedacht, da du ja eh studieren willst und Wien noch deutschsprachig ist, hast du nicht so viele Sprachprobleme. Also wir werden mal sehen, wie es nachher wird. Und dann geht man mal nach Wien. Und ihr seid alle traurig? Nein. Ja, fehlt schon was im linken Kanal, ne? Ja. Ich höre ihn ja nicht, weil er sitzt immer auf der anderen Seite von der Bühne. Verstehe. Danke. Ziehe. und